Gesundheit, Schönheit, Wohlbefinden. Diese Ziele sollen auf sanften Wege erreicht werden. Deshalb hat sich die Drogerie Hermann in Unterägerie auf die Bereiche Naturheilmittel und Naturkosmetik spezialisiert und ist weit herum bekannt dafür. Grüezi wohl, es freut mich, Sie in der Drogerie Hermann dürfen zu begrüssen, im Fachgeschäft für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden. Bei leichten Befindlichkeitsstörungen und Erkrankungen ist die Drogerie Hermann für viele zur ersten Anlaufstelle geworden. Durch ein ausführliches Beratungsgespräch können ganz gezielt Heilmittel empfohlen werden. Das Naturheilmittelsortiment umfasst spagyrische und homeopathische Heilmittel, Schüßlersalze, Zerreistinkturen, Spenglaserne, Bachblüten, Heilkräuter und vieles mehr. Aus weit über 100 spagyrischen Heilessenzen, Tinkturen und Bachblüten können dem Krankheitsbild entsprechend individuelle Mischungen zusammengestellt werden. Sanfter Heilmittel mit bewährter Wirkung für Kinder und Erwachsene. Auch im Bereich Schönheit und Körperpflege wird ganz auf die Natur gesetzt. Sie finden bei uns Produkte der Naturkosmetiklinien von Annemarie Börlind, Dr. Hauschka, Biokosma, Veleda und Gouloy. Eine fachkundige Beratung ist für uns selbstverständlich. Natürlich bietet die Drogerie Hermann noch viel mehr an. Sei es im Bereich Wellness, Geschenkartikel oder in der Parfümerie. Kommen Sie vorbei. Das Team der Drogerie Hermann freut sich auf Sie.